Unser Karl-Heinz, das war ein ganz normaler Junge, bis die Weiber auftauchten. Dann fing er plötzlich an, mit den Augen zu rotieren und zu stinken wie ein Krabbenkutter nach Sonnenaufgang. Ey, echt, immer wenn der eine Olle sah, dann drehten sich seine fetten Spekulierkugeln um wie ein Zirkuskarussell, bis er dann dieses Achse fand. Das ist so ein Rattengift, das man sich in eine Fresse sprüht und unter die Arme und auch in die Augen. Seitdem werden die Klubscher nur noch weiß, aber eine Frau kriegt er trotzdem nicht.